In diesem Video rechnen wir ein Anfangswertproblem durch. Wir suchen diejenige Stammfunktion von f, die durch den Punkt p verläuft. Dazu bestimmen wir erstmal die Menge aller Stammfunktionen. Aus minus ein Drittel x hoch 2 wird minus ein Neuntel x hoch 3. Die 1 bekommt einfach ein x dran multipliziert, deswegen steht da x und hinten die Konstante c. Diese müssen wir jetzt so anpassen, dass die Funktion durch p verläuft. Dazu setzen wir für die xe 2 ein und für F von x die 0. Schreiben wir das also konkret auf. 0 ist gleich minus ein Neuntel, jetzt für x2 eingesetzt, also 2 hoch 3, plus 2 plus c. Jetzt müssen wir nach c auflösen und dazu rechnen wir erstmal die Potenzen aus. Das heißt 0 ist gleich minus 8 Neuntel, denn 2 hoch 3 ist 8. Die 2 lassen wir so stehen und hinten noch plus c. Wenn wir jetzt überlegen, dann haben wir minus 8 Neuntel plus 2, das macht 10 Neuntel und ziehe ich das ab, dann kommt minus 10 Neuntel an diese Stelle. Es ist dann bereits nach c aufgelöst und alles was uns noch übrig bleibt ist, oben in der Menge aller Stammfunktionen das c durch den errechneten Wert minus 10 Neuntel zu ersetzen. Also ergibt sich für die Stammfunktion minus 1 Neuntel x hoch 3 plus x minus 10 Neuntel. Wenn du dich noch mehr für Stammfunktionen und Integrationsregeln interessierst, empfehle ich dir sehr meine Playlist dazu. Ansonsten guck dir noch ein weiteres Beispiel von diesem Level an oder ein paar schwierigerer Anfangswertprobleme.